Ja, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video GTA 3. Ich habe mir zur Zeit noch zwei Police Bribes besorgt durch die Vigilante Missions und will jetzt mal eine von meinen ungeliebten Missionen angehen, nämlich die nächste von Ray, die echt scheiße ist, wie ich finde. Mal gucken, wie ich mich diesmal anstelle. Schon mal wenden. Zeit ist nämlich auch ein Faktor zu einem Überfluss. So. Na dann wollen wir mal. Hallo Ray. Du sah aber tot aus. Meine, da lagen Körperteile von ihm rum. von dem Carson General Hospital hier in Rockford. Wenn er schweilt, dann schweilt ich! Diese Mission ist unabhängig. Boing! So! Come on, come on, come on, come on! Come on, come on! 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 Und blöderweise ist das Polizeirevier ja nicht weit weg. So, jetzt ist er nämlich schon gleich da. Ah! Okay. Jetzt müssen wir erstmal unseren... Mann! Der Typ bleibt da glücklicherweise liegen. Was wir jetzt... Was wir jetzt definitiv erstmal brauchen, sind unsere... äh... Ähm... Aber... Wie ihr seht, ist das Ganze eine ganz schöne Hektik. Aber... Wie ihr seht, ist das Ganze eine ganz schöne Hektik. Ah! Ah! Gott sei Dank! Ach! Das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt müssen wir da hin zurück, wo er liegt und ähm... ihn totfahren. Also eigentlich sollte man es glaube ich, wenn man es korrekt macht, währenddessen machen. Aber... Das ist mir einfach zu hektisch. Wo? Wo? Wo war das denn? Ah ja. Okay. Äh... Lasst mich durch. Na komm, du stirbst schon. Wunderbar. Gott sei Dank. Also wenn ich die Mission geschafft habe, mache ich immer drei Kreuze. Also die... Die ist echt übel. Also zumindest für mich. So, dann ab nach Hause und speichern und äh... Drei Kreuze machen. Mh... Tidumtidum... Ja... So... Da wären wir. Oh, der ist schon gespawnt, das ist ja nett. Gut, dann holen wir uns noch unsere... unsere Kevlarweste zurück und dann... Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.